3,59 Uhr aus dem Skandiment, Stefanie Paul, Altus Ritt. Ja, halt. Ja, halt. Ja, super. Stefanie Paul mit Horstin Schreiber, der Stefan Ritter war der 1,50 Uhr. Nach Punkt 3 qualifiziert Rebo Allgäuer, Special Edition. Geht der Sieg des großen Preises von ISNI nach heute? Steffanie Paul jetzt mit der 3,59 Uhr, Horst Games Candyman vom Reiterbein Altus Ritt. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020